Wo bist du denn die ganze Zeit? Was tust du den ganzen Tag? Erledigt. Dein Freund hat angerufen. Er will dich sehen. Staatssenator Albert Watto. Er will die Polizei nicht einschalten. Er möchte dich treffen. Haben Sie Kinder, Joe? Nina. Ihr Name ist Nina. 2,35 East 31st Street. Ich habe von solchen Orten gehört. Wenn sie da ist, hole ich sie raus. McCleary hat gesagt, dass sie brutal sind. Kann passieren. Kennst du das Mädchen? Ist sie da drin? Wie viel Security gibt es? Mach die Augen zu. Joe. Der New Yorker Staatssenator hat allem Anschein nach Selbstmord begangen. Joe! Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Joe. Wach auf. Es ist ein wunderschöner Tag. Ich bin. Alle. Untertitelung des ZDF, 2020